Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Krebs, das Blatt wendet sich zu deinen Gunsten und es sieht so aus, als würden deine harte Arbeit und dein Engagement bald belohnt werden. Vieles deutet darauf hin, dass du kurz davor stehst, die Anerkennung und den Aufstieg zu bekommen, den du verdienst. Egal, ob es sich um eine Gehaltserhöhung, eine Beförderung oder mehr öffentliche Anerkennung handelt, die Zeit ist reif, um deine Wünsche zu äußern. Bereite dich darauf vor, deinen Fall selbstbewusst zu präsentieren. Sammle Beweise für deine Leistungen und Beiträge, um deine Forderung zu untermauern. Wenn du ein starkes Verlangen nach mehr öffentlicher Anerkennung verspürst, solltest du heute proaktive Schritte unternehmen, um dich im Rampenlicht zu positionieren. Das könnte bedeuten, dass du dich ehrenamtlich für öffentlichkeitswirksame Projekte engagierst, Kontakte knüpfst oder deine Fähigkeiten verbesserst. Was dein persönliches Wohlbefinden angeht, so bietet der heutige Tag Möglichkeiten, deine Gesundheit zu verbessern. Halte Ausschau nach Einladungen zu Online-Gruppen oder Gemeinschaften, die sich auf ganzheitliches Wohlbefinden konzentrieren. Diese könnten dir wertvolle Ressourcen und Unterstützung auf deinem Weg zu mehr Gesundheit bieten. Es ist eine gute Idee, nach und nach mehr Aktivitäten in deinen Tagesablauf einzubauen, die sich positiv auf deine Gesundheit auswirken. Dazu können Bewegung, Meditation, gesunde Ernährung oder das Kennenlernen von Wellnesspraktiken gehören. Der Tag kann sehr stressig sein, vor allem wegen des hohen Drucks, den die Menschen um dich herum ausüben. Es ist wichtig, dass du in dieser Hektik ruhig und konzentriert bleibst. Versuche, die Fakten von den Geräuschen zu unterscheiden und die Ruhe zu bewahren. Ein effektiver Umgang mit Stress ist wichtig, denn er kann sich sowohl auf deine geistige als auch auf deine körperliche Gesundheit auswirken. In deinem Liebesleben deutet die Astralenergie heute darauf hin, dass du an einem Punkt angelangt bist, an dem du in tiefgründigen Gesprächen erkannt hast, dass du bereit bist, dich einer besonderen Person gegenüber tiefer zu verpflichten. Diese Bindung bringt weitere Gespräche über eure gemeinsame Zukunft mit sich. Führt Gespräche, in denen ihr euch das Leben vorstellt, das ihr beide aufbauen wollt, und diskutiert eure Träume, Pläne und Ziele. Dies ist eine Zeit für einen offenherzigen Dialog und gemeinsame Visionen. Dein Horoskop gibt dir heute aufschlussreiche Hinweise auf deinen Seelenverwandten. Wenn du ihn noch nicht gefunden hast, halte dein Herz offen für neue Erfahrungen und Verbindungen, besonders in Umgebungen, in denen deine Leidenschaften und Interessen auf natürliche Weise übereinstimmen. Dein Seelenverwandter ist jemand, der tief mit deinen Werten und Zielen übereinstimmt und dir eine harmonische Mischung aus Unterstützung und Herausforderung bietet. Er oder sie wird dich ermutigen, dein bestes Selbst zu sein, und dich gleichzeitig bedingungslos akzeptieren. Diese besondere Verbindung wird von einem tiefen Verständnis und gegenseitigem Respekt geprägt sein, an dem ihr beide individuell und gemeinsam wachsen könnt. Nutze die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen, und achte auf diejenigen, die dir das Gefühl geben, gesehen und verstanden zu werden. Dein Seelenverwandter könnte gleich um die Ecke sein und dein Leben mit Liebe, Lachen und einem tiefen Gefühl der Zugehörigkeit bereichern. Achte jedoch auf das Quadrat zwischen Merkur und Neptun in den Fischen, denn es kann herausfordernde Gefühle auslösen, die zu Unsicherheit oder Paranoia führen können. Während dieses Transits ist es ratsam, Konflikte und Situationen zu vermeiden, die diese Gefühle noch verstärken könnten. Glücklicherweise schafft die Konjunktion von Mond und Venus in Schütze ein nährendes Umfeld für eine gesunde Kommunikation. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um mit jemandem, dem du vertraust, über deine Gefühle zu sprechen. Egal, ob es sich dabei um einen Freund, ein Familienmitglied oder einen Therapeuten handelt, ein Zuhörer, der dich unterstützt, kann dir Trost und Klarheit geben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für den Krebs heute darum geht, selbstbewusst nach beruflicher Anerkennung zu streben, Gelegenheiten zur Verbesserung deiner Gesundheit zu ergreifen, stresseffektiv zu bewältigen, deine romantischen Bindungen durch bedeutungsvolle Gespräche zu vertiefen und emotionale Empfindlichkeiten mit offener Kommunikation zu bewältigen. Das Universum richtet sich so aus, dass es dein Wachstum und dein emotionales Wohlbefinden unterstützt. Nutze diesen Tag, um dich für dich selbst einzusetzen, deine Gesundheit zu pflegen, deine Beziehungen auszubauen und dir bei Bedarf Unterstützung zu holen. Dies ist eine Zeit, in der du dich deinen Ambitionen widmest, dich um deine Gesundheit kümmerst und deine persönlichen Beziehungen vertiefst. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hochdrückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Weltkarte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines wichtigen Ziels oder Meilensteins. Sie steht für ein Gefühl der Vollendung und für einen Moment der Ganzheitlichkeit. Für den heutigen Tag deutet die Welt darauf hin, dass du kurz davor stehst, etwas Bedeutendes zu erreichen. Es ist an der Zeit, deine Erfolge zu feiern und das Gefühl des Abschlusses und der Erfüllung zu erkennen, das mit dem Erreichen deiner Ziele einhergeht. Die 5 der Stäbe ist eine Karte des Konflikts, des Wettbewerbs und des Kampfes. Sie steht oft für das Aufeinanderprallen von Ideen oder Interessen, was zu vorübergehendem Chaos oder Spannungen führt. Heute zeigt die 5 der Stäbe an, dass du vielleicht auf Widerstände oder Meinungsverschiedenheiten stoßen wirst. Es ist wichtig, Konflikte mit Diplomatie anzugehen und Wege zu finden, Differenzen zu lösen, ohne unnötigen Streit zu verursachen. Das umgekehrte Ast der Münzen deutet auf eine Verzögerung oder eine verpasste Gelegenheit in den materiellen oder finanziellen Aspekten des Lebens hin. Es kann darauf hinweisen, dass ein potenzieller Start oder ein neues Projekt auf Hindernisse stößt oder sich nicht wie erwartet manifestiert. Das umgekehrte Ast der Münzen rät dir heute, deine finanziellen oder materiellen Vorhaben neu zu bewerten und zu überlegen, ob es verpasste Gelegenheiten oder finanzielle Rückschläge gibt, die du angehen musst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf eine Mischung aus Erfolgen, Konflikten und finanziellen Überlegungen hin. Die Welt feiert deine Errungenschaften und den Abschluss einer bedeutenden Phase, während die Fünf der Stäbe dich ermahnt, alle Konflikte, die entstehen könnten, mit Takt und Verständnis zu lösen. Das umgedrehte Ast der Münzen fordert dich auf, deine finanziellen Bemühungen zu überdenken und verpasste Chancen zu nutzen. Feiere heute deine Erfolge und erkenne sie mit Dankbarkeit an. Wenn du mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst, solltest du sie im Geiste der Zusammenarbeit angehen und dich um eine friedliche Lösung bemühen. Nimm dir außerdem die Zeit, deine finanziellen Ziele neu zu bewerten und alle Hindernisse oder verpassten Gelegenheiten bei deinen finanziellen Unternehmungen anzugehen, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Vielen Dank.